moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr unendlich munition für die kriegsmaschine bekommt als allererstes leute gehen wir in den gottmode glitch und um diesen gottmode zu machen braucht ihr noch einen kumpel in der lobby und dann aktiviert ihr strom und packer punch leute wenn ihr dann in eine anomalie reingeht dann kommt hier oben bzw spawnt im penthouse die wunderfist maschine so von dieser maschine kauft ihr euch das grabstein perk so ihr kauft euch das perk leute dann lasst ihr euch down gehen oder bringt euch selbst um spielt keine rolle wenn ihr dann down seid leute dann müsst ihr warten bis der rote lebenbalken komplett verschwunden ist und genau in dem moment bis nichts rotes mehr zu sehen ist haltet ihr eure g-taste bzw eure grabstein taste gedrückt wenn ihr das dann richtig macht dann hört ihr so ein kreischen bzw schreien und euer bildschirm leuchtet einmal weiß auf so euer kumpel bandit dann die runde leute und wenn ihr wieder spawnt dann benutzt sie einfach den teleporter und nehmt ihn wieder zurück und ihr seid im gottmode jedoch würde ich euch das nicht empfehlen leute ich würde euch empfehlen geht noch mal und kauft euch das grabstein perk weil wenn euer kumpel jetzt down geht dann denkt das spiel alle beide sind tot und das spiel endet also geht noch mal hoch und kauft euch das grabstein perk wenn ihr dann im gottmode seid leute dann braucht ihr nur noch eine gepanschte waffe ist egal welche stufe und hundert seltenen schrott damit ihr euch die kriegsmaschine um könnt wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt leute ihr dürft die kriegsmaschine nicht komplett leer schießen wenn ihr nur noch einen schuss habt leute nehmt eure gepanschte waffe drückt dann auf e und gleichzeitig auf drei dann habt ihr nämlich euren packer punch screen und wechselt gleichzeitig zur kriegsmaschine und jetzt könnt ihr für 5000 einmal auf punchen drücken und ihr ladet eure munition wieder auf leute der grund dafür warum ihr eine gepanschte waffe braucht ist dass ihr dann immer wieder für 5000 nachholen könnt und wenn eure waffe nicht gepanscht wäre leute dann müsstet ihr beim zweiten mal 10.000 15.000 und dann 30.000 bezahlen aber wenn ihr eine gepanschte waffe in der hand habt dann zeigt ihr jedes mal nur 5000 also leute noch mal ganz langsam ihr drückt die taste für pecker punch und die drei beziehungsweise kriegsmaschinen taste gleichzeitig dann öffnet sich dieses menü und ihr habt die kriegsmaschinen in der hand und jetzt könnt ihr einfach für 5000 einmal punchen quasi und ihr ladet eure munition wieder manchmal kommt es auch vor leute dass es hinteinander nicht klappt dann wechselt einfach wieder zu eurer waffe drückt dann wieder in meinem fall e und drei gleichzeitig und dann versucht es einfach wieder beim zweiten und dritten mal sollte es dann klappen leute das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten video